Herzlich willkommen in allen in der Allianz Arena. Der FC Bayern freut sich sehr, zum Trainingsauftakt heute seinen Neuzugang Lucas Hernandez vorzustellen. An der Seite des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Herzlich willkommen, meine Herren. Lucas, willkommen. Wie geht es dir in München? Danke. Gut, Servus. Ich bin Lucas. Ich bin glücklich, hier zu sehen. Und ich freue mich auf eine gute Saison mit dem FC Bayern. Also, back most. Wow, Lucas, Respekt. Das waren schon die ersten Sätze auf Deutsch. Da wird sich der Vorstandsvorsitzende auch freuen. Bevor wir gleich weiteres von Ihnen beiden hören, wollen wir ein paar Bilder sehen und zeigen. Das ist Lucas Hernandez beim FC Bayern. Bis zum nächsten Mal. Lukas Hernandez beim FC Bayern München. Karl-Heinz Rummenigge, mit wie viel Stolz neben der Erwartung erfüllt Sie das, einen Weltmeister bei uns heute verkünden zu dürfen? Ja, ich denke, erstmal sind wir wirklich sehr stolz, dass Lucas sich für den FC Bayern entschieden hat. Das ist ein toller Spieler. Ich habe ihn insbesondere bei der Weltmeisterschaft mit Hassan ausreichend, ich sage jetzt nicht gescoutet, aber beobachtet. Und wir fanden ihn damals schon toll, wie er da in der Weltmeistermannschaft, damals eben als linke Verteidiger, aufgetrumpft hat, muss man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes und eine tolle Leistung abgeliefert hat. Und unsere Scouting-Abteilung hat ihn das ganze Jahr verfolgt. Und wir sind glücklich, dass wir den Transfer realisieren konnten. Das ist ein Spieler, der dem FC Bayern sehr, sehr gut zu Gesicht stehen wird. Er hat darüber hinaus auch noch den Vorteil, dass er sowohl als Innenverteidiger als eben auch als linker Verteidiger spielen kann. Das gibt dem Trainer damit auch taktisch mehrere Möglichkeiten zu agieren. Und deshalb sind wir sehr stolz, sehr glücklich. Ich glaube auch sagen zu können, nicht nur der FC Bayern darf sich glücklich schätzen, sondern auch die gesamte Bundesliga, dass wir damit einen weiteren Weltmeister eben hier in der gesamten Bundesliga zu Hause haben. Dankeschön Ihnen beiden. Dann freuen wir uns auf Ihre Fragen. Sie sind ja sehr zahlreich gekommen. Bitte wie immer, kurzes Handzeichen und auf das Mikrofon warten. Und noch vorneweg, Lukas wird auf Französisch antworten. Das heißt, nutzen Sie also den Translation Service auf Deutsch und Englisch. Bitteschön. Fangen wir vorne an. Zweite Reihe, Julian Wolf. Ja, Julian Wolf von der Zeitung Die Welt. Hallo Lukas, willkommen in München. Lukas, was hast du dir vorgenommen und wie siehst du deine Rolle in der Abwehr? Bislang war ja Niklas Süle quasi als Abwehrchef eingeplant. Bist du der neue Abwehrchef oder stellst du dich quasi erstmal ein bisschen hinten an und sagst, Niklas ist der Chef, ich bin daneben, der zweite Mann. Und anschließend die Frage an Herrn Rummenigge, es wird ja viel gesprochen über Transfers. Auch der Berater von Manuel Neuer hat sich geäußert. Wie haben Sie diese Aussagen aufgenommen und inwiefern ist das vielleicht auch ein Sprachrohr des Kapitäns, der Alarm schlägt, dass noch keine Spieler oder wenig Spieler da sind? Guten Tag, guten Tag zum nächsten Mal. Ja, das stimmt, ich komme in einem sehr großen Klub hier an, mit großen Spielern, die viel Erfahrung haben. Als Verteidiger stimmt das, ich kann als Innenverteidiger oder Linksaußen linker Verteidiger spielen. Das hängt natürlich vom Trainer ab. Er wird entscheiden, wo er mich einsetzen wird. Und dann liegt es natürlich an mir, den Fans von Bayern, auch den Verantwortlichen, die ihr ganzes Vertrauen in mich gelegt haben, das wieder auf dem Platz zurückzuzahlen und zu beweisen. Und was die Rolle des Abwehrchefs angeht, ich denke, dass alle Verteidiger beim FC Bayern große Spieler sind, die viel Erfahrung haben, und ich denke, jeder kann Abwehrchef sein bei dieser Verteidigung. Ich sehe meine Rolle als sehr gut, ich kann auch ein Leader sein, so ist mein Charakter, und den Rest werden Sie sehen. Herr Omeleger? Ja, wenn ich noch was, bevor ich die andere Frage von Ihnen beantworte, hinzufügen darf. Ich glaube, wir sind in der Innenverteidigung mit Lukas, mit Niklas und auch Benjamin Pavard top aufgestellt. Ich habe ja gelesen, irgendwo der beste deutsche Innenverteidiger würde jetzt nicht mehr beim FC Bayern spielen. Ich bin der Meinung, der beste deutsche Innenverteidiger spielt bei Bayern München. Spielt im Übrigen auch in der Nationalmannschaft dort. Und der aus meiner Sicht beste deutsche Innenverteidigung sitzt rechts von mir oder links von Ihnen. Also ich glaube, wer drei solche Spieler in der Innenverteidigung hat, braucht sich keine Gedanken im Verbund mit David Alaba und auch Joshua Kimmich machen. Ich denke, was die Defensive betrifft, sind wir top aufgestellt. Das ist nicht nur, glaube ich, für die Bundesliga top, sondern ich denke, auch was europäische Standard betrifft, sind wir damit sehr, sehr gut aufgestellt. Was Ihre Frage zu Thomas Kroth betrifft, ich hatte heute Morgen ein Telefonat mit Manuel Neuer. Thomas Kroth ist nicht das Sprachrohr von Manuel Neuer in dieser Angelegenheit gewesen, sondern es handelt sich hier um eine rein private Meinung von Thomas Kroth, die man zur Kenntnis genommen hat beim FC Bayern. Ich fand sie etwas eigenartig. Bisher hatten wir immer mit Thomas ein sehr seriöses und gutes Verhältnis in dieser Richtung. Aber da wir auch durchaus als große Demokraten bekannt sind, darf man beim FC Bayern auch sich kritisch äußern, zu was auch immer. Ich möchte sowieso zum Transfermarkt grundsätzlich jetzt mal sagen, wir haben heute den 8. Juli. Ich weiß, dass die Ungeduld nicht unbedingt die große Tugend der Öffentlichkeit und manchmal auch von Fans ist, aber ich möchte auch daran erinnern, dass der Transfermarkt in diesem Jahr bis zum 2. September auf ist. Wir, insbesondere Hassan, arbeiten mit Hochdampf und sehr konzentriert an dem Transfermarkt. Ich möchte aber auch daran erinnern, es hat bisher noch keinen großen Transfer gegeben oder das, was ich so als Dominosteineffekt bezeichnen würde. Den hat es nämlich noch nicht gegeben. Diesen Dominoeffekt, auf den wartet man etwas in Fußball-Europa. Wenn es den Dominoeffekt gibt, dann werden auch, davon kann man ausgehen, viele Transferfolgen. Wir sind in Position, wir haben ausreichend Geduld und ich möchte auch in diesem Zusammenhang erinnern, wir hatten oft Transfer, sehr spät. Also wenn ich mich an die Transfer, Javi Martinez war glaube ich ein Transfer, den wir am 29. August mal kurz vor Toreschluss getätigt haben. Oder auch Xabi Alonso war, ich glaube sogar einen Tag später, Arjen Robben haben wir mal fünf Minuten vor Transfermarkt Schluss zum FC Bayern transferiert. Also ich glaube im Transfermarkt ist es sehr wichtig, dass man mit, ich würde mal sagen klaren Gedanken, kühlem Herzen, aber auch sehr konzentriert zu Werke geht. Und ohne Frage werden wir auch ein Stück Geduld haben. Ich habe Verständnis dafür, wenn Ungeduld da ist, wenn man jetzt vom FC Bayern große Transfer erwartet. Ich bin allerdings nach den Gesprächen, die wir auch heute Morgen intern hatten, in keinster Art und Weise nervös, genauso wenig wie meine Kollegen, die bei der Entscheidung natürlich eine große Rolle spielen. Wir werden am Ende des Tages eine Mannschaft haben, die in allen drei Wettbewerben sehr, sehr wettbewerbsfähig antreten wird und unsere Ziele in diesem Jahr werden nicht geringer werden. Deshalb ich, wir werden den einen oder anderen Transfer noch tätigen müssen, qua Quantität des Kaders. Qualität haben wir, darauf möchte ich auch nochmal verweisen, wir haben einen Stammspieler des letzten Jahres bis dato verloren oder abgegeben. Dafür denke ich aber mit Lukas und auch Benjamin Pavard top, top Leute zum FC Bayern geholt und ansonsten wird uns kein Stammspieler mehr verlassen. Und ich will die Erwartungshaltung auch gar nicht jetzt schmälern oder nochmal steigern. Wir werden jetzt, wie gesagt, in aller Konzentriertheit, aber auch mit aller Geduld Transfer machen. Und ich kann unseren Fans sagen, sie sollen da, wie gesagt, keinen Gedanken daran verschwenden, dass wir im nächsten Jahr keine Mannschaft haben, die nicht auch zum achten Male in Folge Deutscher Meister werden kann und auch in den anderen beiden Wettbewerben durchaus gutes und großes bewerkstelligen wird. Danke. Vierter Reihe, Taufik Khalil. Lukas. Bonjour in München. Taufik Khalil vom Bayerischen Rundfunk. Zwei Zahlen, 80 und 21. 80 Millionen hat der FC Bayern gezahlt für Sie. Rekord für die Bundesliga. 21, Ihre Nummer, die Nummer von Philipp Lahm. Beides für Sie eine Ehre oder auch eine Last, dass man sich da auch beweisen muss? Im Trikot und für das viele Geld. Ja, das stimmt. Der FC Bayern hat viele Anstrengungen unternommen, um diese 80 Millionen für mich zu zahlen. Und jetzt ist es an mir, die Arbeit zu liefern, den Verantwortlichen zu zeigen, dass diese 80 Millionen gut investiert sind. Denn ich bin jemand, der auf dem Feld immer alles gibt und das möchte ich hier auch beweisen, auf dem Spielfeld. Was die Nummer 21 angeht, klar, das ist eine historische Nummer hier in diesem Verein. Ein großer ehemaliger Spieler wie Philipp Lahm, der alles gewonnen hat. Es ist wirklich ein großartiger Spieler und das ist natürlich eine Ehre, diese Nummer hier tragen zu dürfen. Und ich werde versuchen, diese Nummer so gut wie möglich zu honorieren und weitere Ehre, diesem Trikot zuzuschreiben. Herr Rummenigge, Sie haben vorhin gerade die Innenverteidiger aufgezählt. Ein Name hat dabei gefehlt, der noch bis 2021 Vertrag hat, Jerome Boateng. Da ist ja auch zu hören, dass er nicht flüchten wird, sondern eben jetzt erstmal ganz normal in die Vorbereitung einsteigen wird. Haben Sie bewusst den Namen nicht genannt? Ist es für Sie mehr als klar, dass er in der Transferperiode die Bayern verlassen wird? Nein, das ist nicht klar. Das ist korrekt, was Sie gesagt haben, dass er noch einen Vertrag hat, der eben zwei Jahre Laufzeit hat. Wir werden in aller Ruhe abwarten, wie sich die Dinge jetzt entwickeln bis zum Transfermarktschluss, ob er beim FC Bayern bleiben will, wird oder nicht. Einer der Gründe, weshalb Mats ja den FC Bayern verlassen hat oder der wichtigste Grund war eigentlich, dass der Trainer eben primär mit Niklas, Lukas und eben Benjamin plant. Das ist etwas, was für Mats gegolten hat, was aber auch für Jerome eben gilt. Und dementsprechend muss sich Jerome am Ende des Tages positionieren und auch entscheiden, ohne Frage. Daneben Uli Köhler. Lukas, bonjour. Sie sind verletzt gewesen, haben eine Operation hinter sich gebracht. Inwieweit können Sie dem FC Bayern helfen? Haben Sie schon einen Plan, wann das gut passieren könnte? Und vielleicht könnten Sie sich auch so ein bisschen beschreiben. Sie sind ja nicht nur ein super Innenverteidiger, sondern ich glaube, die Bayern haben einen Mentalitätsspieler gesucht. Sind Sie der? Der auch mal dazwischenhauen kann. Ja, ich bin ein Spieler mit viel Mentalität. Einer, der stolz ist, stolz dieses Trikot zu tragen, stolz diese Farben zu verteidigen, das ist etwas ganz Großes für mich. Und wie ich vorher schon gesagt habe, sie haben eine große Investition getätigt, um mich hierher zu holen. Und jetzt ist es an mir, das zurückzuzahlen und allen hier zu zeigen, dass ich das auch verdiene, diese Farben zu tragen. Ich werde alles Mögliche machen und alles Mögliche geben, um das zu zeigen. Und was meine Verletzungen angeht, ja, also ich wurde vor drei Monaten operiert. Die Verletzung, das Band fühlt sich sehr gut an. Ich fühle mich sehr gut. Ich arbeite weiter immer in kleinen Schritten und hoffe natürlich, dass die medizinische Abteilung bald grünes Licht gibt, dass ich auch diese Bundesliga-Saison mit einem Top-Niveau starten kann. Also ich werde auf jeden Fall kämpfen und alles geben dafür, dass ich diese Meisterschaft mit der Mannschaft beginnen kann und die Farben des Trikots von Anfang an verteidigen kann. Ich war ja auch mal als Stürmer tätig. Also der Stürmer Karl-Heinz Rummenigge hätte ungern gegen den Verteidiger Lukas Hernandez gespielt, weil er ist schnell, er ist aggressiv, er hat ein gutes Auge. Das ist schon das, was ich so als Top-Qualität in der Abwehr sehen würde. Das wäre ein Spieler gewesen, der mir wahrscheinlich nicht so gut gelegen hätte. Rechts hier, Florian Kieners. Herr Rummenigge, Sie haben vorher von der Ungeduld gesprochen in der Öffentlichkeit. Die Ungeduld ist ja aber auch nicht zuletzt durch den Präsidenten geschürt worden, der schon im Februar angekündigt hatte, man werde das größte Investitionsprogramm der Klubgeschichte starten. Und wenn Sie wüssten, wen wir alles schon verpflichtet haben. Stand jetzt haben Sie noch nicht so wahnsinnig viele Spieler verpflichtet. Haben Sie denn mit Uli Hoeneß mal darüber gesprochen, was ihn dazu bewogen hat, das damals schon so vollmundig zu erklären? Ja, erstmal hat er ja mit gewissen Fakten recht. Wir haben ja bis dato 118 Millionen, glaube ich, investiert. Das ist schon mal vom Volumina her ohne Frage das Höchste, was wir bisher im Transfermarkt, glaube ich, gestemmt haben. Und wir sind noch nicht am Ende. Also ich, wie gesagt, ich denke, wir sind grundsätzlich bereit, auch das, was ich so als Topspieler bezeichnen würde, nach wie vor noch zu holen. Wir haben mit Lukas und speziell Benjamin, auch die zwei, haben wir bereits nicht nur gute, sondern auch ohne Frage teure Spieler verpflichtet. Und wir sind auf gewissen Positionen jetzt noch in dem operativen Bereich tätig. Das wird auch noch Geld kosten. Also am Ende des Tages wird Uli, davon kann man ausgehend zumindest von der Größenordnung, die da von uns gestemmt werden muss, ohne Frage recht behalten. Hier rechts, Alexis Menüsch. Allerdings, vielleicht darf ich noch eins hinzufügen. Wir hatten heute Morgen auch ein Gespräch. Ich glaube, es ist gut, wenn wir in der Zukunft etwas weniger in der Öffentlichkeit über unsere Aktivitäten oder Operation sprechen, weil das ist dann nicht hilfreich. Das weckt dann natürlich auch Erwartungshorizont, der die Ungeduld nicht unbedingt kleiner werden lässt. Alexis. Also zunächst einmal wollte ich wissen, hast du mit dem Coach gesprochen, deine Einsetzbarkeit auf vielen Positionen, eine Dreierverteidigungskette, würde dir das gefallen? Und die zweite Frage, der Transfer von deinem Freund Griezmann zu Barca, das sieht immer echter aus. Keine Chance, dass er hierher kommt? Nun, zunächst einmal nein, ich konnte noch nicht mit dem Trainer sprechen. Heute beim Training denke ich, werden diese Gespräche anfangen. Nun, ich habe noch nie in einer Fünfer-Abwehr-Reihe gespielt. Normalerweise spielen sie mit einer Viererkette. Ich denke nicht, dass der Coach jetzt großartig seine Taktik ändern wird. Ich weiß es nicht, wir werden gemeinsam reden, wir werden diskutieren und dann wird man sehen, welches Spielsystem er nutzen wird. Und dann was Griezmann angeht, mein Kumpel, ja, das ist natürlich ein großer Spieler. Viele große Vereine hätten ihn gerne. Man spricht viel über Barcelona. Klar, wäre toll, ihn hier zu haben. Das ist ein großer Spieler, ein großer Verein, ein großer Spieler. Ich weiß nicht, ob der Verein an ihm interessiert ist, aber ich weiß auch nicht, ob Barcelona perfekt ist für ihn oder ob er hierher kommen kann, keine Ahnung. Aber wenn es die Chance gäbe, dass er hierher kommen könnte, könnte er natürlich auch Großes hier machen, vielleicht sogar der großartigste Spieler der Welt werden. Lukas, du hast deine Familie mitgebracht hier zur Vorstellung. Wen hast du denn alles dabei und warum ist deine Familie so wichtig? Warum sind die Leute hier? Und Anschlussfrage an Herrn Rummenigge. Herr Rummenigge, die Kollegen von der SZ haben heute geschrieben, Niko Kovac hat zwischenzeitlich an Rücktritt gedacht. Wussten Sie davon? Überrascht Sie diese Aussage im Nachhinein oder wie bewerten Sie das? Ja, meine Familie ist hier. Meine Frau, mein Agent, mein Sohn. Ich glaube, der hat es jetzt ein klein wenig satt. Der fängt an zu weinen. Meine Freunde sind hier. Es stimmt, ich bin ein sehr familiärer Mensch. Ich mag es, innerhalb der Familie zu sein. Dieses Jahr wird mein älterer Sohn ein Jahr alt. Das ist das Größte, das mir bisher passiert ist im Leben. Und jetzt liegt es an mir, ihm die richtigen Werte im Leben zu vermitteln und ihm all das beizubringen, was es braucht, um ein großer Mensch zu werden. Und was die andere Frage angeht mit dem Trainer, das wusste ich nicht einmal. Für mich ist es der Trainer vom FC Bayern und ich hoffe, dass er hier bleibt. Das ist nicht meine Wahl, meine Entscheidung. Ob er weitermacht oder nicht, das liegt an den Verantwortlichen, nicht an mir. Weiter habe ich dazu nichts zu sagen. Also, wegen diesem Artikel, den ich noch nicht gelesen habe, aber ich gehe mal davon aus, dass das, was Sie gesagt haben, stimmt, war mir nicht bekannt, ist ein Gerücht, war das eine Aussage von ihm? Dann sollten wir es auch dabei belassen, weil im Moment ist die Gerüchteküche sehr groß und da werden viele Dinge natürlich auch manchmal überstoppaziert. Dann oben links Florian Plettenberg. Servus Lukas, Florian Plettenberg, Sport1. Bist du so nett, könntest du mal erklären, wer hat dich von den Bayern dann letzten Endes überzeugen können? Waren das Gespräche mit Niko Kovac, mit Salihamidzic oder mit einem der Bosse und was war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du dich für Bayern entschieden hast? Nun, ab dem ersten Monat, als mein Berater mir gesagt hat, dass Bayern an mir interessiert ist, war das etwas Großes für mich. Wenn man klein ist, kann man sich das nicht mal vorstellen, dass man irgendwann mal in solch einem Verein spielen wird. Aber mit viel Arbeit, mit viel Disziplin bei Atletico Madrid, bin ich soweit gekommen. Ich muss auch an dieser Stelle dem Verein dafür danken, wie weit ich gekommen bin, dass ich hier bei FC Bayern jetzt unterschreiben konnte. Was war die Frage? Bitte nochmal. Ich habe viele Gespräche mit Hassan angeführt. Ja, stimmt, auch mit Tolisso, das ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns aus der Nationalmannschaft, haben da tolle Momente miteinander verbracht und dann auch mit Kingsley Coman. Also es sind vor allen Dingen die Franzosen, die mir vom Verein erzählt haben und die mir gesagt haben, ja, unterschreibe ich hier. Aber klar, in meinem Kopf war eigentlich schon alles klar. Also man musste mich gar nicht großartig überzeugen. Also Hassan hat sich extrem um Lukas bemüht. Er war diverse Male in Madrid, hat mit Hassan oder auch seinem Berater Kontakt gehabt und wir waren dann irgendwann final, ich glaube im Februar war es, in Madrid und haben den Transfer dann gemacht. Aber man muss schon klar und deutlich sagen, Hassan war hier schon sehr der Spiritus Rector des Transfers. In der Mitte links, Stefan Kumbäger. Herr Rummenigge, Jahrzehnte, hier. Extra in grün. Herr Rummenigge, Jahrzehntelang gab es ja den Spruch, ein Angebot vom FC Bayern lehnt man nicht ab. Den Spruch haben Sie selber auch schon oft zitiert. Jetzt hat man den Eindruck, in letzter Zeit ist es nicht mehr so, dass die Spieler sofort alles zusammenpacken, wenn sie hören, der FC Bayern will mich. Woran liegt das und ist das eine neue Entwicklung? Stichwort Leroy Sané, der ziert sich ja auch eher. Ja, also grundsätzlich stimmt der Spruch, würde ich mal sagen, was die Bundesliga betrifft, nach wie vor noch sehr. International, das muss man auch klar und deutlich sagen, ist natürlich die Konkurrenz größer geworden, weil der Markt ist globaler geworden und trotzdem, sage ich, hat der FC Bayern nach wie vor noch sehr viel in die Waagschale zu werfen. Ich denke, der Klub ist ein guter Klub, der nach wie vor im UEFA-Ranking an dritter Stelle liegt. Wir haben eine schöne Stadt, wir haben ein schönes Stadion, in dem wir hier gerade sitzen, das doch sehr von der Atmosphäre her, auch von der Infrastruktur her und von der Stimmung her toll ist. Aber man muss auch klar und deutlich sagen, die Summen sind andere. Wir sprechen heute natürlich im dreistelligen Millionenbereich fast von der Normalität und da ist natürlich dann schon die Luft sehr dünn. Auf der anderen Seite, sage ich, wir sind in der Lage trotzdem, mit den meisten Clubs finanziell mithalten zu können. Ich will jetzt hier gar keine Hoffnungen schüren, aber ich möchte auch darauf verweisen, wir haben heute den 8. Juli und es sind fast noch zwei Monate bis Transfermarkt-Schluss und diese zwei Monate, das weiß ich jetzt schon, werden noch viele Unwägbarkeiten, auch viele Dinge mit sich bringen am Ende des Tages, die als Überraschung hervorkommen werden, weil es muss ein Dominostein fallen und alles, was ich höre im Moment und ich habe, glaube ich, ein recht gutes Netzwerk hier in Europa, alles wartet jetzt auf den einen Dominostein und dann wird es diesen Effekt geben und dann warten wir mal ab, was am Ende des Tages der FC Bayern aus diesem Effekt machen wird. Machen wir die letzten drei Fragen bitte, ganz oben, ja, links. Daniel Mücksch vom Münchner Merkur. Herr Rummenigge, eine Frage noch daran anschließend, hier oben, sind die Entwicklungen diesen Sommers auf dem Transfermarkt für Sie vielleicht auch Anlass, erneut einen Salary Cap auf europäischer Ebene zu diskutieren oder vorzuschlagen oder haben Sie diese Hoffnung inzwischen aufgegeben? Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich die Hoffnung aufgegeben, weil es ganz einfach nicht mit der Gesetzgebung in Europa, was die Wettbewerbsregeln betrifft, vereinbar ist. Ich habe ja, als Michel Platini noch Präsident der UEFA war, diverse Male mit ihm EU-Kommissare in Brüssel besucht und uns wurde immer im Prinzip dasselbe gesagt, dass die Gesetzgebung in Europa das einfach nicht zulässt. Deshalb hat man ja Financial Fair Play am Ende des Tages installiert. Financial Fair Play ist natürlich genauso stark, wie es umgesetzt wird und ich habe schon ein bisschen den Eindruck, man müsste vielleicht da bei Financial Fair Play die Schrauben ein bisschen anziehen und auf stringentere und dann eben auch bessere Einhaltung der Regularien bestehen. Solange das nicht der Fall ist, werden wir weiterhin steigende Märkte haben, was Transfersummen und auch was Gehälter betrifft. Und das wird am Ende des Tages natürlich nicht gut für den Fußball da sein. Dann oben rechts bitte, Thomas Klinger. Lücke, eine Frage. Franzosen haben ja beim FC Bayern eine lange Tradition und auch eine große Tradition. War das auch ein Mitgrund, warum du hierher gekommen bist und ist dann, wir haben vorher von Karl-Heinz Rummenigge gehört, das ist natürlich hart im Moment, gerade mit vielen englischen Vereinen zu buhlen. Ist der FC Bayern ein großer Verein in Frankreich auch? Einer, der genauso gut klingt wie Manchester United oder ähnliches? Ja, ich denke, den FC Bayern sieht man in Frankreich, in Spanien, in Italien. Das ist ein großer Klub, so wird er wahrgenommen. Es ist einer der besten Vereine der Welt, wenn man die Trophäenliste sieht, was da alles schon gewonnen wurde. Also viele Klubs können das nicht aufweisen. Jedes Jahr kämpfen sie um die Meisterschaft, um den Pokal. In der Champions League sind sie immer da, sind sie immer präsent. Also ganz klar, es ist einer der besten Vereine der Welt, das ist die Realität. Und das wird auch immer so sein, egal ob in Frankreich, in Spanien, es ist einer der besten Vereine der Welt. Und ich denke, jeder weist das auch. Und was die Frage bezüglich der Franzosen angeht, ja, alle Franzosen, die schon bei Bayern gespielt haben, haben Großartiges erreicht, haben Titel gewonnen. Ich denke jetzt gerade kürzlich an Ribery, aber auch an Lisa Razou, viele Franzosen, die schon hier gespielt haben, die diese wundervolle Champions League gewonnen haben, die Bundesliga gewonnen haben, den DFB-Pokal gewonnen haben. Also jetzt bei diesem Verein zu sein, das ist wie in einer Familie zu sein. Ich bin noch nicht lange hier, aber ich spüre das schon, dieses Familiengefühl, man integriert sich sehr gut und sehr schnell. Dann die letzte Frage bitte in der Mitte, Heiko Niederer, kurzes Zeichen. Herr Rummenigge, der Spieler, der sicherlich bei allen Fans die meisten Erwartungen geweckt hat, war sicherlich Leroy Sané, den haben Sie ja auch relativ offensiv beworben. Können Sie da einmal kurz sagen, wie der aktuelle Stand ist? Gibt es da noch eine Chance oder nicht? Und anschließend noch eine kurze Frage, wie viele und wo suchen Sie genau die Spieler? Weil Niko Kovac hat ja gesagt, er will eigentlich noch vier Spieler haben. Ja, der Stand bei Leroy Sané ist der, dass er, ich glaube, zumindest mein Kenntnisstand diese Woche aus dem Urlaub zurückkommt und auch während der Urlaubszeit keine Gespräche führen wollte. Er wollte sich Gedanken um seine Zukunft machen. Das hat er sicherlich jetzt gemacht. Und jetzt wird man das in aller Ruhe mal abwarten müssen, ob sich in der Richtung was bewegt. Es ist bekannt, dass wir einen Spieler für die Außenbahn noch suchen. Wir haben mit Frank und Arjen zwei Spieler jetzt qua ihrem Vertragssender beim FC Bayern verloren. Das waren zwei Spieler, da brauchen wir ja auch keine großen Reden schwingen, die natürlich das Gesicht des FC Bayern über lange Jahre hin geprägt haben, die tolle Leistung hier abgeliefert haben und die auch qua Typen natürlich für die Medien, für die Öffentlichkeit ganz einfach doch von hohem Interesse waren. Wir, wie gesagt, sind am Ball und jetzt wird man mal in aller Ruhe abwarten müssen, wie sich die Dinge in der Richtung entwickeln. Wir sind bereit und ob am Ende des Tages solche Dinge dann uns reinlaufen, wird man in aller Ruhe abwarten müssen. Dann vielen Dank Ihnen schon mal, Karls Rummenigge, Lukas Hernandez. Lukas wird gleich noch draußen auf dem Rasen stehen im FC Bayern Outfit für schöne Fotomotive. Also wenn Sie gleich dann mal rausgehen. Zunächst aber bekommt er natürlich sein Trikot überreicht vom Vorstandsvorsitzenden mit der Nummer, die ja schon gefallen ist. Also die Fotografen bitte nach vorne. Oder einfach so bleiben, damit jeder schön Platz hat. Okay. Dann gleich bis draußen ein paar Minuten. Danke. Vielen Dank.